Am Sonntag. Die China-Mafia schlägt zu. Gefährliche Gegner für Harald Krasnitzer. Adele Neuhauser und Erwin Steinhauer. Die regeln das untereinander. Da mischt man sie am besten gar nicht ein. Ist der Mörder ein alter Bekannter? Du bist ja wieder an, meine Freunde. Wenn das ausfällt, kommt es an mir beide morgens. Tadort, Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017